Moin Leute! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Fahrzeugleiter 19 mit Chaos Das ist schon die vierte Staffel, oder? Ne Die dritte, oder? Ja, vierte? Wenn ihr von ihnen das habt Steck mal aus und komm mal mit Wo bist du? Weil ich viele Eierkippen haben Die können wir alle auf unsere Hänger packen Wir lassen es mal so hoch wie möglich noch stapeln Weil sie in das Bild da reinpasst Ja, wir haben da Ich guck schon mal in der Zeit, wie viele sind überhaupt wert Oh, wir haben schon wieder mit 14.000er aufgepasst In letztes Video haben wir von Chaos mit 40 die mit Pferden geritten Und wenn ihr es verpasst habt, dann guckt sofort rein Das war richtig geil Und ich bin einmal mit dem Cracker Cracker Nur mal zu irgendwo, wenn ihr fragt, wie kann man reiten Ja, ich hab immer noch Ofen So, das ist mein Pferd Der heißt Kat Wie heißt es ja? Hacker oder so Ich weiß nicht Achso, ähm, ja Leute, was mir gerade eingefallen hat Und, oder besser gesagt uns beiden Wie wollt ihr uns Tipps geben, wenn wir alle schon vorproduzieren? Stimmt Piep Ja, da haben wir jetzt nicht richtig mit gedacht Nee Ach Gott ey Eier sammeln Hier Eier Wie viel Uh Eier Das höchste ist gerade 3522 Ich rein aufm Ei Ich rein aufm Ei Boah Zuckerruben sind fast Zuckerruben sind fast Zuckerruben sind fast Die haben Eier Ich bin nicht ganz frei Weiß ich auch nicht mehr Ich hab was gar nicht gefühlt Ich hab was gehört Was wir Unbedingt machen wollen Also nicht in den Traktor gehen Das sieht die aber leider nur bei Roman denn Nicht bei dir Den 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 Freunde gegeben haben Ahja Du kauf Äh Ich bin Gott Also wir machen das mal so Du äh Kannst du uns Geld holen Also äh Hier mit den Kredit Kannst du Kredit holen Ja was Also ich guck gleich Ich muss uns mal mein Fett wieder wegpacken So äh wie macht man das Äh ich muss kurz selber gucken Wohin sie selbst gucken Ding Ah doch ja hier Kannst du Geld einnehmen Ich kann nicht leihen Nee du kannst kein Geld nehmen Nee Hey wie soll das denn Ich kann auch nicht zurückgehen Also du kannst kein Viereck drücken Geld holen Nee Also 5000 kann ich nicht Ja weil Wir leihen uns jetzt 500.000 Oh hier bekommen wir Flo hier bekomme für äh für eine Aufgabe äh 27.000 Euro Also und 500 Ja Gucken ob wir das machen oder nicht Also Ey können wir vielleicht in deiner wie du tun Fleisch Vielleicht nicht Und du hast immer Ich überlege Wir kaufen uns jetzt noch was Schönes Und zwar was sehr sehr Schönes Und zwar was sehr sehr Schönes Nee 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 Määääm Äh stell mal die Trappzohren bitte um Okay ich überfahre unser Hund erstmal erstmal zuerst den Hund überfahren, dann so, auch Licht aus hier muss auch was weg, hier muss was weg warte, was soll der weg, der Traktor, ist schon weg, der Hänger, der Hänger, warte kurz nein, ich bin ja gerade da, wo ich das bauen will ach so, da, da ist es nicht ich muss hier gerade nicht ein bisschen weg ein Projekt blockiert, wo es blockiert wird ach so, ich könnte es auf dem Feld genau äh, ne, ne na, wir wollen da ja noch die Händen können sich das hinbauen, aber dann haben wir mal so einen Begriff wir wollen das mal so weit zu fahren ja, da wird es du, 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 du äh, lagern mal kurz die Pferde bei uns bitte ein wie, ach so, wie macht man das? also, lagern mal die Pferde in den Hänger okay du musst den Hänger, und da den, also hier hinten, den Hänger, ja, wo ich bin ne, ne, ich sehe, ja, I see you, I see you den machst du jetzt ran, du gehst zum Pferdestall, musst gucken was da steht, die einsammeln, ich verkauf den, und wir kaufen, oder ist das schon der kleine Pferdestall, oder ist das der große? Weiß ich es wird schon dunkel mhm ja, weil ich gerade, weil wir immer noch die Geschwindigkeit aufbauen ne oh Gott, ist die gar nicht ja schon ups weicher Knopf, jetzt drückt ich glaube, das ist der kleine Pferdestall das ist, glaube ich, sogar schon der kleine okay, Leute, ähm, ich würde mal sagen wir müssen kurz warten ja bis es wieder halle ist weil ich, und ihr seht auch grad absolut gar nichts ja, warte, erst mal ich sehe da nur, ich sehe da nur Franti mit dem LKW im LKW äh äh Tiere, wenn wir öffnen, nee äh äh wir können auch vorspulen und ja sind jetzt drin ja, sind alle beide drin ey, jetzt Unfall bauen hhhhhh 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 warte, äh ich muss erstmal gucken, ob das ein groß oder ein kleiner Pferdestall ist ich glaube das ist der kleiner äh äh kannst du den Pferdestall verkaufen? das ist die Frage äh äh wie man sagt, wie man das machen kann du musst äh also Mitte also du fangst schon bei der Mitte ja und dann und dann ganz oben auf den Knopf gehen also und dann Garage ja und verkaufen mach das mal bitte kurz Garage ne also auf die Mitte drücken und dann auf den auf die Scheune gehen Platz äh was ist das Pferdeteil da? Pferdestall Pferdestall was das hier? ah ne, hier kann ich hier kaufen ja, du musst auch verkaufen gehen ja, warte, ich bin neu weil ich es habe gekauft, das kleine oder das große? oh ne, ich will kein neues kaufen die Alten zu lustiger auf ihn nicht, dass ich etwas gekauft habe nee, ich fühl's nicht na ich y aber ehes gilt nicht Aber ehes stimmt auch mal wirklich haupt äh für vier Platz ich weelte sich jetzt, wenn ich wirklich verkauft hab na ich gar nicht du musst wenn du dabei den Job bist musst du drücken träg dann bist du bei uns in Sachen, du musst darum hst du ein ganz unten rechts wollen bis Färbesteiler steht unten näher und dann besser verkaufen ja X und verkaufen so jetzt haben wir wieder 25.000 Euro ich mache einen kleinen Spritz nur mit meine Färbung und deine äh hier steht noch was im Weg der muss weg der Hänger hierhin warte ja warte ja ich komme so wie sie nix wo genau na ja da ja das hier so und so fährt wiederholtiger ich hab die etwa losgelassen treibende verkauft er 9 in der Türkei mit so gut gefahren um gucken wo man die Pferde reinführen kann es ist das kleine oder das große war doch einmal aus ich muss gucken wie man die Pferde hinfügt denn ich sehe auch gar nix oh nein oh ich will krass sagen ich hab dein Pferd verkauft oh Gott Digga wenn ich jetzt dein Pferd verkaufe was würdest du tun Serverbank ach so ich muss es bestätigen okay die Pferde die Pferde sind da drinnen okay okay warte okay Leute das war's heute mit dem Video ich hoffe euch hat es heute gefallen ciao Leute tschüss Leute bau bau bau